Wusstest du, dass ein einfaches, oft übersehenes Spurenelement der geheime Schlüssel zur Gesundheit deines Gehirns sein könnte? Wir sprechen nicht über Drogen oder Medikamente, sondern über einen Stoff, den dein Körper täglich braucht, um sich vor Alterung zu schützen. Die Wissenschaft ist sich einig. Bestimmte Mikronährstoffe sind entscheidend für unsere geistige Fitness. Neueste Studien, unter anderem von der renommierten Harvard-Universität, zeigen, dass ein niedriger Spiegel eines bestimmten Spurenelements mit einem erhöhten Risiko für neurodegenerative Krankheiten wie Alzheimer zusammenhängen kann. Die Rede ist von Lithium. Keine Sorge, wir sprechen hier nicht vom Medikament Lithium, das bei psychischen Erkrankungen eingesetzt wird. Wir reden von winzigen, natürlichen Mengen, die in unserer Umwelt vorkommen. Diese sogenannten Mikrodosen können das Gehirn nachweislich stärken und die Produktion neuer Gehirnzellen anregen. Es ist wie ein tägliches Schutzschild für dein Gehirn. Die gute Nachricht, du kannst deine Lithium-Werte ganz einfach unterstützen. Eine der Hauptquellen ist unser Trinkwasser. Achte also darauf, genug zu trinken. Wenn du tiefer in die Materie eintauchen möchtest, empfehle ich dir folgende Bücher. Das Lithium-Komplott von Dr. Michael Nils und Lithium, das Supermineral für Gehirn und Seele von James Greenblatt. Es ist ein einfacher, aber wirkungsvoller Weg, um dein Gehirn zu schützen und fit zu halten. Probiere es aus. Bleib klar im Kopf.